An der Stelle einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zu diesem besonderen Try-To-Not-Love-Video. Direkt kommt Abo-Werbung am Anfang direkt. Es wäre natürlich super, wenn ihr so einen Kanal folgen würdet und ein Like zur Bewerbung. Aber jetzt geht's los. Und diese Robben, die kenne ich aber immer. Ich weiß noch nicht gerade wo. Das war New York, glaube ich. Okay, schnell die Kamera abschalten. Sonst passiert was mit meinen verifizierten, bisschen von YouTube angesehenen. Was heißt offiziell halt, mein Kanal ist verifiziert mit Handynummern, das ist dann, glaube ich, erstmal weg. Gut. Ich glaube, der hat gerade versucht, seinen Papa irgendwie zu pranken. Das habe ich jetzt. Gut. Yo, der isst einfach den Vogel. What the fuck? Okay, der hält ihm eine Pistole am Kopf, schießt nach oben. Und, was passiert? Was passiert? Ein Vogel. Gut, das ist natürlich ein Try-To-Not-Love-Video und wir wollen da auch mitmachen. Also, am besten nicht lachen. Okay, was kommt jetzt? Ein Frosch. Der sehr interessiert. Alles klar. Gut, die Töne. Ähm. Yo. Wie, wie? Wie? Nintendo wie? Okay, das kennt man doch. Das kennt man doch. Oh, ich glaube, ich verdecke da gerade die Credits. Das muss ich ja nicht nochmal ändern. Und die Menge jubelt. Das DVD-Logo wechselt seine Farbe. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Okay. Und jetzt? Sie labert irgendein englisches Zeug, was ich nicht verstehe. Yo. Was war das für ein Tier? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Okay. Burp, Baby. Yo. Ich weiß, dass es nur eine Puppe ist, aber what the fuck? Was haben die da? Prototyp. Ich hoffe, dass es niemals auf den Markt kommen wird. Okay. Das Boot driftet. Das Auto driftet da. Yo. 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 What the fuck? Okay, gut. Das ist dann diese etwas andere Fahrerflucht. Okay. Da sind irgendwas von Kindern. Hey, Kids. Yo. Okay. Tennis-Schläger. Ja. Gut. So kann man natürlich auch Wii Sports spielen. Ich habe ja schon Switch Sports gespielt. Habe ich da Tennis gespielt? Ich weiß gerade gar nicht. Gut. Hier singt oder redet er ein Roboter? Depp. Oh nein. Ich, 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 ich halte mein Maul. Ich halte mein Maul. Die Küchen... Nein. Die Küchenglocken, die, die halten nicht im Maul. Ey. Ist das wirklich im Fernsehen gelaufen? Kann mir das mal einer bitte sagen? Ich muss mal kurz eine Salzstange essen. Okay. Der Koffer musste ganz dringend los. Was das ist? Es ist da rechts die Frau von Trump, oder? Der pennt. Okay. Ich verstehe kein Englisch, also... Ja, das ist nicht. Ich höre... Oh! What the fuck ist mit dieser Salami los? Kacke, jetzt habe ich verkackt. Ich, ich, ich wollte nicht über dieses... Scheiße. Jetzt habe ich verkackt. Ihr könnt mir ja mal... Okay. Ich werde dich aber schon früher verkackt und ich habe es auch nicht mitbekommen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das ohne zu lachen überstanden habt. Okay, der Hubschrauber... Der labert Englisch. Ich verstehe kein Englisch. So. Okay. Der macht eine stabile Dance-Party im Aufzug. Hat vielleicht nicht mitbekommen, dass da Fenster sind. Na gut. Okay, was macht der? Und das bin ich, wenn ich Pfannkuchen koche. Ganz ehrlich. Okay. Englisches Interview. Ich verstehe mal wieder kein Wort. Okay. Wir rennen. Ich glaube, der hat irgendwas schon auf die Fresse fallen gesagt. Gut. So viel dazu. Okay. Darth Vader. Magic. Okay. Das ist... Was ist denn das? Äh, wo kommt... Das ist die Weltkugel, aber in klein. Also in sehr klein. Okay. Schießt er? Äh, schießt. Auf das... Okay. Okay, was ist das? Ja, jo. Was ist denn das? Sind das Gänse? Ich seh das immer nicht so richtig. Yo. Das ist... Das ist ein Hund. Oder eine Katze. Ich glaub's, ein Hund. Oder? Ja, es ist ein Hund. Okay. Okay, was? Ah, nee, das ist doch eine Katze. Ich bin so dumm, ne? Okay. Ja, die Katze, die hat einen Plan, wo sie hinlaufen will. Okay. Die dancen zusammen. Da kommt doch jetzt... Kommt doch jetzt noch... Oder? Äh. Okay. Was kommt jetzt? Okay, das ist ein... Das ist ein stabiles Abwasser, würde ich sagen. Passiert da noch was? Oh ja, jetzt... Jetzt ist die Kack am Dampfen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Der war... Einer mal schlecht. Yo! What the fuck ist das? Ey, was war das Dreck? Was war das? Wasser? Ich hab keine Ahnung. Okay. Das ist mein Hamster. Grüße und Bonbon gehen raus. Nur, dass das Laufrad hochkant ist und nicht... Sinkrecht. Das ist ja, weil hoch geht ja hoch. Ich hab doch keine Ahnung. Okay. Jo, oh ja. Okay, gut. Sie sind im etwas anderen Karussell, würde ich sagen. Jo. Okay, sie versuchen es und sie schaffen es nicht. Okay, der andere, der andere, der andere, der kommt... Kommt, er schafft das, schafft das, schafft das oder wird er auch... Er wird auch. Okay, also irgendwie, irgendwie ist das witzig und irgendwie tun mir die Hamster leid. Es ist so 50-50. Mein Hamsterherz, das schlägt da ja schon ein bisschen, wenn ich sowas sehe. Okay, das kennt man doch. Das kennt man doch. Ich hab jetzt an der Stelle mal ein bisschen vorgesprucht, weil das ist gelaber. Das brauchen wir ja nicht. Wir wollen jetzt hier... Jo. Ja, gut. Es ist immer wieder... Ich verstehe es immer noch nicht, was der da gemacht hat. Na gut, man muss ja auch nicht alles verstehen. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuckern. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.